Nun der BaFin-Entscheid, der möglicherweise auf eine Anfrage aus unserer Redaktion zurückzuführen ist. Die BaFin schreitet also ein. Damit dürfte der Vertrieb für das Unternehmen erst einmal erledigt sein. Das Unternehmen jetzt Zeit der BaFin darzulegen, dass sein Handeln rechtskonform war. Ob ihm das gelingt, bleibt abzuwarten. Schafft es das Unternehmen nicht, dann werden wir auch hier möglicherweise eine Abwicklung der Schuldverschreibungen erleben. Die BaFin-Meldung. Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Deutsche Edelfischsteg GmbH und Kornummer 2 KG in Deutschland Wertpapiere in Form von Schuldverschreibungen mit der Bezeichnung Anleihe 2020-2022 der Deutsche Edelfischsteg GmbH und Kornummer 2 KG ohne das erforderliche Wertpapier-Informationsblatt, WIP, öffentlich anbietet. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren ohne eingestattetes Wertpapier-Informationsblatt stellt einen Verstoß gegen die WIP-Pflicht nach § 4 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz, WPPG, da nach § 4 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz darf ein Anbieter, der eine Ausnahme der Prospektpflicht nach § 3 Nummer 2 Wertpapierprospektgesetz in Anspruch nimmt, die Wertpapiere im Inland erst öffentlich anbieten, wenn er zuvor ein WIP nach den Absätzen 3 bis 5 und 6 Seite 2 sowie Absatz 7 Seite 4 erstellt, bei der BaFin hinterlegt und veröffentlicht hat. Das WIP darf nach § 4 Absatz 2 Seite 1 WPPG erst veröffentlicht werden, wenn die BaFin die Veröffentlichung gestattet hat. Entgegen § 4 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz wurde für das öffentliche Angebot der Deutschen Edelfischsteg GmbH und Co. 2 KG kein Wertpapier-Informationsblatt veröffentlicht. Anhaltspunkte für eine weitere Ausnahme von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich. In Deutschland dürfen Wertpapiere im Grundsatz, das heißt vorbehaltlich einer Prospekthausnahme, nicht ohne die Veröffentlichung eines von der BaFin zuvor gebilligten Prospekts öffentlich angeboten werden. Im Rahmen einer solchen Billigung prüft die BaFin, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, und ob sein Inhalt verständlich und kohärent auf widerspruchsfrei zu ist. Sie prüft die Prospektangaben jedoch nicht auf inhaltliche Richtigkeit. Ebenso erfolgt weder eine Überprüfung der Seriosität des Emittenten noch eine Kontrolle des Produkts. In den Ausnahmefällen des § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz darf ein Anbieter die Wertpapiere im Inland erst dann öffentlich anbieten, wenn er zuvor ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, bei der BaFin hinterlegt und veröffentlicht hat. Das Wertpapier-Informationsblatt darf nach § 4 Absatz 2 S1 Wertpapierprospektgesetz erst veröffentlicht werden, wenn die BaFin die Veröffentlichung gestattet. Im Rahmen einer solchen Gestattung prüft die BaFin, ob das Wertpapier-Informationsblatt die gesetzlich geforderten Mindestanforderungen enthält, und ob sein Inhalt verständlich und kohärent auf widerspruchsfrei zu ist. Eine inhaltliche Prüfung auf die Richtigkeit der getätigten Angaben findet nicht statt. Ebenso wird nicht die Seriosität des Produkts oder der Emittentin kontrolliert. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben im Prospekt oder dem Wertpapier-Informationsblatt kann eine Haftung der Prospektverantwortlichen gemäß § 9 bzw. 10 Wertpapierprospektgesetz oder § 13 bzw. 15 Wertpapierprospektgesetz bestehen. Gleiches gilt nach § 14 Wertpapierprospektgesetz für Anbieter und Emittenten von Wertpapieren, wenn pflichtwidrig kein Prospekt veröffentlicht wurde. Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Veröffentlichung eines Wertpapier-Informationsblattes sowie ein Verstoß gegen die Pflicht zur Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts stellt nach § 24 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Wertpapierprospektgesetz eine Ordnungswidrigkeit dar und kann gemäß § 24 Absatz 6 Wertpapierprospektgesetz mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro bzw. 3% des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet werden. Auch können Geldbußen bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils verhängt werden. Bitte bedenken Sie, dass Investitionen in Wertpapiere immer nur auf der Grundlage der erforderlichen Informationen getätigt werden sollten.